Absolut offene Partie bis zum Schluss. Die GRK gewinnt hier 1-0. Daniel Stoyser, Zorman von einem starken Gegner, Will Thorn. 1-0 haucht und bis zum Schluss auch noch die Möglichkeit, einen Punkt zu machen. Verlorener Punkt aus deiner Sicht? Naja, wir haben uns bis zu 70 Minuten gut geschlagen. Dann haben wir uns am Eigenfehler. Ist das 1-0 passiert. Am Schluss war es eine offene Partie. Wir haben noch zwei, drei gute Chancen gehabt, aber leider ist es am 1-0 blieben. Und deinerseits hinten sehr, sehr kompakt gestanden. Abwehrleistung durchaus als gut zu bezeichnen aus deiner Sicht. Woran hat es dann schlussendlich gefehlt, um euch zu einem Punktegewinn dann doch irgendwie die Chance zu geben? Hinten sind wir sehr gut gestanden. Wie gesagt bis zum Tor. Dann durch eine Unaufwechsamkeit haben wir es 1-0 gekriegt. Und dann haben wir ein bisschen aufmachen müssen. Dann eine unglaublich starke, sehr, sehr kompakte Landesliga. Da kann eigentlich jeder jeden schlagen. So haben wir so eine starke Landesliga in der Besetzung gesehen, wie sie heuer im Moment gerade spielt? Heiern ist die Landesliga sehr stark. Mitunter am Rakersburg, St. Dana, GRK. Heiern kann jeder jeden schlagen, aber für den Titel schwierig zu sagen heiern. Herzlichen Dank, Daniel Stolz. Ein starker Gegner schlussendlich. Also gewinnt hier der GRK mit 1-0. Was zählen, da sind die Punkte und es sind drei geworden beim GRK im Heimspiel gegen Wildone. Es war eine unglaublich enge Partie. Schlussendlich dann das goldene Tor. Es war ganz kurz zur Szene. Ich glaube, es war die 65. Spielminute. Wunderschöne Aktion und schön abgeschlossen von dir. Ich glaube, es war ein langer Ball auf dem Berchti. Berchti hat ihn gut eingeflangt. Ein bisschen Glück dabei, ein bisschen Können. Schauen wir mal. Vielleicht passiert es wieder. Wird mich freuen. Ich glaube, gezählte 5, 6 ganz, ganz starke Stangelbässe sind gekommen, aber nie ein Abnehmer da gewesen. Es war eine unglaublich enge Partie. Woran hat es dann gehakt, dass vielleicht doch nicht ein erlösendes 2-0 gefallen ist? Ja, ich glaube, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir extrem viele Chancen gehabt, liegen gelassen. Müssen wir weiterarbeiten. Zweite Halbzeit dann, glaube ich, waren wir dominant im ganzen Spiel. Ich glaube, Wilton hat die ganze Partie eigentlich keinen hundertprozentigen Torstands gehabt. Wir haben es gehabt, haben es nicht genutzt. Deswegen haben wir es wieder ein bisschen zittern lassen. Am Ende als Tageszollte drei Punkte und das ist wichtig. Da hat er recht und einer, der sicherlich ganz, ganz maßgeblich beteiligt war. Vor allem auch dann durch seine Einwechslung. Erich Terke eine ganz, ganz starke Partie. Ich darf gratulieren, dass die Räume vorgefunden, dass sie auch gut nutzen können. Schlussendlich aber in den letzten 4-5 Minuten. Es war eine unglaubliche Zitterpartie noch, aber es hat gereicht. Kurzes Resümee einmal von deiner Seite. Ja, ich glaube, wie der Fischi schon gesagt hat, wir waren eigentlich über weite Strecken oder besser gesagt, das ganze Spiel, die dominante Mannschaft. Und ja, zum Schluss ist klar, dass es dann eng wird, wenn man 1-0 führt und sich hinten reinstellen muss. Aber ja, ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht und wir können auf jeden Fall zufrieden sein. Milton, ein sehr, sehr starker Gegner, durchaus ebenbürtig. Hinten sehr, sehr kompakt gestanden. Überhaupt eine extrem enge, kompakte Landesliga. Wie schätzt du sie ein? Es ist ja nicht so einfach. Ich glaube, von 1 bis 7, 8, 9 alle auf ziemlich einen sehr, sehr hohen Niveau in der Liga. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr enge Liga. Wie man es gesehen hat, jeder kann jeden schlagen. Und wir haben aber auch in der Herbstsaison gezeigt, dass wir auf jeden Fall um den Titel mitspielen können, dass wir die Qualität dazu haben und ich glaube, im Frühjahr müssen wir dann einfach so weitermachen und dann werden die richtigen Resultate kommen. Erik, wie gesagt, sehr, sehr starke 20 Minuten von dir. Da empfiehlt man sich vielleicht für die Startformation? Ja, ich hoffe. Also meine Aufgabe ist es einfach weiterzuarbeiten und ja, im Endeffekt entscheidet der Trainer. Ich werde jetzt in der Vorbereitung auch versuchen, mich zu empfehlen wieder und dann wird man sehen, was die Zeit bringt. Was die Zeit bringt. Heute hat die Zeit zumindest drei Punkte gebracht. Und das ist wohl die wichtigste Nachricht. GK gewinnt gegen Wilton mit 1 zu 0.